So, wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich hoffe es geht euch gut, meine Lieben. Nach langer Zeit, nach langer Zeit, mal wieder ein Video von mir. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, warum. Es gibt ja viele Leute, die in meiner Community noch sind, in Bezug auf AMC. Wie gesagt, das Play läuft. Da hat sich nichts verändert. Habe meinen Fokus aber auf andere Dinge gesetzt. Unter anderem halt das aktive Trading habe ich wieder für mich jetzt aktiviert. Und habe mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ja, habe da auch einen kleinen Discord. Da sind ungefähr 600 Leute dabei. Wo wir uns aktiv austauschen. Also wirklich jeden Tag im Sprachjet sind und über aktive Setups sprechen. Wo wir in Aktien reingehen, warum wir reingehen. Warum die Technik gerade attraktiv aussieht. Und ja, da ist jeder herzlich eingeladen, dazuzukommen. Sich zu beteiligen, vielleicht auch nur zuzuhören. Vielleicht was mitzunehmen, Fragen zu stellen. Also wir machen jetzt eigentlich jeden Tag immer live. Und ja, ich freue mich, wenn er dazukommt. Und da gibt es jetzt einen Punkt, der mir halt extremst geholfen hat. Ja, mein Setup zu verbessern. Und ja, das ist das Trading-Journal. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Das Ziel eines erfolgreiches Traders ist es, dem besten Trade zu machen. Geld ist zweitrangig. Das ist ein schöner Satz von Dr. Alexander Elder. Der hat auch ein gutes Buch geschrieben. Day Trading for a Living. Super Buch. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke es auch nochmal unten drunter. Ja, und was ist eigentlich ein Trading-Journal? Und wie funktioniert das? Da will ich euch mal einen Insights geben dazu. Möchte aber auch vorab sagen, dass ich von dieser Firma Tradersync gesponsert werde. Dass ich dieses Video mache. Nur damit ihr das einmal wisst. Und ich haue auch einen entsprechenden Link unten rein, wo ihr dann eine siebentägige kostenlose Version nutzen könnt. Ich würde aber das Video auch nicht machen, wenn ich nicht 100% davon überzeugt bin. Also jeder, der jetzt bei mir im Discord ist und schon mitbekommen hat, wie intensiv ich das führe und wie sehr das hilft, seine eigene Performance zu verbessern, der wird, glaube ich, auch sehr schnell erkennen, was die Vorteile sind von so einer Software. Mir ist nur eine Sache wichtig. Das muss nicht das Tradersync sein, sondern das kann jedes andere sein. Du kannst auch ein Excel-Sheet führen. Ich finde es halt einfach komfortabler, das in einem Programm zu machen, was automatisch halt die Dinge abnimmt. Aber da gehen wir gleich mal ein bisschen noch ein. Jetzt erstmal grundsätzlich, warum ein Trading-Journal überhaupt führen. Ja, also du setzt dich in erster Linie mal wirklich intensiv mit deinen Trades auseinander. Nicht nur im Vorfeld, sondern vor allem, wenn du deine Trades dir nachher anschaust. Das können wir gleich mal zusammen machen. Wie ich das exakt tue und was dann auffällt, ob das Setup gut war oder ob das schlecht war. Und dieses Auseinandersetzen, diese Reflexion mit einem Trade hilft dir zukünftig, sich zu verbessern. Also wenn man konkrete Fehler feststellt, wo man gesehen hat, hey, das Setup war eigentlich jetzt technisch überhaupt nicht sauber. Ich bin vor einem klaren Signal eigentlich in den Trade gegangen, vielleicht emotional, weil ich Angst hatte, was zu verpassen oder dergleichen. Und wenn du das dann in der Häufigkeit siehst, dann stellst du das zukünftig im besten Fall halt auch ab. Wir wissen ja alle, kennen es nicht können und wissen es nicht wollen. Aber in der Regel sollte sowas helfen, um Fehler halt zu vermeiden zukünftig. Also dass sich Fehler einfach zu oft wiederholen. Das passiert mir zwar heute immer noch, dass viele, viele Fehler auch bei mir im Trading drin sind. Aber es hilft mir auf jeden Fall, mich zu fokussieren, weil ich einfach keinen Bock habe, mich mit eigenen Fehlern nachher nochmal auseinandersetzen zu müssen. Also du setzt dich intensiver mit deinen Trades auseinander. Du reduzierst dadurch deine impulsiven Entscheidungen. Das heißt, mal eben zu sagen, ja, ich hatte ein gutes Gefühl. Ich glaube, die Aktie steigt jetzt. Glaube und Hoffnung ist ein sehr schlechter Ratgeber an der Börse. Das ist auch etwas, was ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch oft manchmal blutig gelernt habe. Dass man halt aus einer Impulsivität oder aus einer Emotion, vor allem so FOMO oder aus Gier oder vielleicht sogar aus Angst und Position zu früh schließt, ja, das reduzierst du. Sondern es gibt einen klaren Einstieg- und Ausstiegsplan und ja, das reduzierst du halt dadurch. So, dann du identifizierst Setups, welche funktionieren oder nicht, also welche Strategien funktionieren bei dir, welche Strategien funktionieren vielleicht nicht so gut und du erkennst vielleicht auch Schwachpunkte in deinem Trading oder Punkte, an denen du halt arbeiten kannst. Ja, das seht ihr aber gleich, wenn wir ein bisschen detaillierter reingehen. Dann, du siehst deinen tatsächlichen Fortschritt, ja, und vor allem warum. Also, hast du wirklich ein funktionierendes System oder hast du einfach nur mal, ich sag mal Glück, dass jetzt ein paar Trades gut aufgegangen sind. Und auch da, mir ist ganz wichtig, es kann auch, also es passiert auch oft an der Börse oder wenn man halt einen Trade macht, dass der Trade positiv ausgeht. Das heißt, du verdienst Geld, aber er war technisch eigentlich total schlecht ausgeführt. Also, du hättest vielleicht noch mehr Gewinn mitnehmen können. Du hattest eigentlich nur Glück, dass der Kurs für dich gelaufen ist. Du hattest keinen klaren Plan, ja, und diese Dinge zu identifizieren helfen halt massiv, zukünftig nochmal erfolgreicher zu sein. Du arbeitest einfach strukturierter, einfach, weil das einfach schon auch in einer strukturierten Form vorliegt, ja, und du dich nochmal intensiv damit auseinandersetzt. Und du triffst deine Entscheidungen halt datenbasiert und nicht einfach aus dem Bauch heraus. Natürlich nicht immer, wir sind immer nur Menschen, wir bleiben auch Menschen und das ist auch so, das ist gut so und das ist auch die Krux dahinter. Aber wenn du halt schwarz auf weiß siehst, dass du zum Beispiel bei mir am Abend nicht mehr traden solltest, ja, oder ein gewisses Setup nicht funktioniert, dann reduzierst du vielleicht auch deine Tradingzeit zu den entsprechenden Zeiten, wo es halt keinen Sinn macht. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich das aktive Trade-Management. Also jeder kann ja auf den Knopf drücken und sagen, ich kaufe oder ich gehe jetzt Long auf eine Aktie oder ich gehe jetzt Short auf eine Aktie. Das wirklich Wichtige ist ja wirklich, wie wird der Trade aktiv gemanagt? Also wenn du jetzt in einem Trade drin bist, manchmal auch sogar davor, also wie planst du deinen Trade? Hast du eine richtige Risk-to-Reward-Ratio ausgewählt? Hast du deinen Stop so gesetzt, dass er sinnvoll ist, dass du nicht sofort wieder aufgrund der Volatilität ausgestoppt wirst? Und steuerst du deine Exits sauber aus? Ja, und dabei hilft dir einfach so ein Trading-Journal. Ja, so der letzte Punkt dazu ist halt, also ich bin davon überzeugt zu 100 Prozent, dass ein Trading-Journal bei jedem in der Toolbox sein sollte, welcher halt professionell und erfolgreich sein möchte, angehen möchte, heißt das hier übrigens. Also jeder, der Trading professionell und erfolgreich angehen möchte, der sollte ein Trading-Journal führen. In welcher Form, ist vollkommen egal. Also nochmal, das muss nicht jetzt hier Trader-Sync sein. Hauptsache du führst eins. Also du kannst auch einfach eine Excel-Tabelle führen oder es gibt auch gute kostenlose Lösungen, aber die sind oft halt auch eingeschränkt in gewissen Bereichen. So, wir sind jetzt hier auf meinem Trader-Sync-Account. Hier ist halt so aufgebaut, das ist halt die Startseite und da möchte ich euch einfach jetzt mal so ein bisschen einführen. Also das ist jetzt hier so, das Dashboard nennt sich das und man kann halt hier sehr schön sehen, die einzelnen Trades, die man halt gemacht hat. Okay, war das ein Gewinner-Trade, war das ein Verlierer-Trade, was für eine Aktie wurde halt gehandelt, was war der Gewinn, der Verlust bei diesem Trade, wie hoch war die Provision, war ich long oder war ich short, wie lange habe ich diese Aktie gehalten. Man sieht hier immer nur so ein paar Minütchen und kann halt sehen, okay, was hat man jetzt hier verdient, wie war der Profit-Faktor, was ist der durchschnittliche Gewinn pro Trade, den man halt macht und wie ist deine Trefferquote auf die Trades. Und hier rechts kann man sehr schön sehen, welche Fehler man gemacht hat, also welche Fehler häufig auftreten. Grundsätzlich funktioniert es jetzt so, dass man Trader-Sync gut mit einem Broker hier verbinden kann. Man kann jetzt hier Import Trades, das macht man dann hier mit seiner Interactive Broker, dort bin ich jetzt. Und dann ist hier ein sehr schönes Video, das muss ich jetzt nicht euch vormachen, aber das erklärt ganz genau, du musst einmal bei Trader-Sync was einstellen, unter Performance und Reports, Flex-Querys, einmal nur entsprechend einstellen, das steht hier sehr gut beschrieben. Und ja, dann machst du einen Export am Ende des Tages, drückst hier oben auf Add Trade und dann wählst du die Datei halt entsprechend aus und der fügt die ein und dann hast du die Trades direkt bei dir hier in dem Tool wieder drin. Also das ist sehr, sehr einfach. Man kann es sogar automatisiert über eine API, glaube ich, einspielen lassen, das heißt, es wird direkt eins zu eins gesinkt, das heißt, wenn ihr einen Trade macht, dann ist er sofort in einem Trading-Journal. Ich habe das jetzt bei mir nicht, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Broker-Daten nochmal anderweitig irgendwo vorliegen. Das ist aber eine persönliche Geschmackssache, das ist trotzdem sehr, 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 sehr sicher. Trader-Sync ist, glaube ich, einer der größten Trading-Journale weltweit. Aktuell, ich bin noch mit denen im Austausch, gibt es das nur auf Englisch. Ich arbeite aber mit denen daran, dass ich denen sogar helfe, eine Übersetzung zu machen, damit das halt auch für die deutsche Community komplett nutzbar ist. Ja, so, inwiefern hilft mir denn jetzt so ein Trading-Journal? Also, ich gebe euch jetzt mal hier ein konkretes Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal den, ich habe jetzt hier den gestrigen Tag noch nicht drin, also der Freitag ist noch nicht drin. Wir nehmen mal hier den Donnerstag und da gucken wir uns jetzt mal hier die Trades an. Da sieht man, da ist noch ein Trade offen, den hatte ich nicht geschlossen, als ich den Report gezogen habe. Alle anderen sind halt hier schon enthalten. Das war ein sehr, sehr guter Tag, wo ich die AMC-Geschichte, diesen AMC-Ausbruch gut mitgeritten habe, nochmal im Day-Trading. Ja, und ja, konnte, nee, nicht AMC, sondern Rivian, Rivian war es, ja, konnte da ein paar Euro generieren. So, inwiefern kann ich denn jetzt hier konkret sagen, hier hilft mir jetzt das Journal, mich zu verbessern? Also, wir nehmen jetzt mal einfach, wir nehmen einfach mal hier bei AMC, das war jetzt, das waren meine AMC-Trades an diesem besagten Tag. Und, ähm, da bin ich dann hier in AMC zum Beispiel aufgesprungen, ne, man sieht jetzt hier das Datum, ähm, na, jetzt müssen wir nochmal anklicken, natürlich Klassiker. Ich habe mich plötzlich geklickt. So, das ist jetzt der einzelne Trade. Also, man sieht, okay, ich bin long gegangen, äh, mit einer entsprechenden Positionsgröße, ähm, äh, das war nachher mein Gewinn, ja, und, äh, hier sieht man die einzelnen Positionen, also wirklich die einzelnen, äh, Pakete, die halt gekauft wurden und, äh, was ich wirklich sehr, 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 ähm, äh, sexy finde, ist, dass man hier unten sieht, okay, ich bin hier in diesen Aufstiegsbewegungen eingestiegen, ne, ich gehe nochmal hier ein bisschen, ein bisschen näher ran, damit ihr das, äh, sehr gut seht. Also, das hier war der große Anstieg bei AMC, die Grundidee war halt, dass man, ähm, dass man hier diese, dass es hier den Anstieg gab, es hat eine klassische Bullflick gebildet, ne, und dann kam der zweite Anstieg. Ich habe gewartet, bis wirklich diese Candle sich über dieser hier, äh, abgeschlossen hat und bin dann in den Trade eingestiegen, ähm, weil ich dann für mich die Sicherheit hatte, okay, es wird weiter nach oben gehen. Ähm, 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 man sieht auch hier den Stop, den man dann halt setzt, ne, das Risiko, was man einsetzt, da kann ich eigentlich auch, da kann ich auch immer nur empfehlen, äh, maximal ein Prozent vom Portfolio oder von entsprechender Positionsgröße, je nach Wohler, aber das, äh, ist eine individuelle Geschichte, ja, und der, äh, der, äh, Exit war dann, äh, entsprechend hier oben, äh, in zwei Tranchen, also einmal habe ich hier und einmal da. Habe ich den, den Trade jetzt sauber gemacht, also hätte ich noch weiterlaufen lassen können, vielleicht, aber, ähm, ich war mir zufrieden, alles in Ordnung, bin aus der Situation, also aus der Posi raus und gut ist. So, man könnte jetzt noch einen Screenshot hinzufügen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in, äh, Trading View, ähm, euch das auch macht, abspeichert, dann, äh, könntet ihr einen, einen, ähm, ähm, äh, einen Screenshot noch dazu packen, ja, also, äh, wenn er jetzt mal laden sollte, ja, das brauche ich jetzt nicht, ja, aber hier jetzt bei AMC, ähm, da könnte man jetzt hier nochmal sich das On-Detail den einen kleinen Tag, äh, angucken, äh, na, äh, 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 hier den, den, äh, kleinen Ausbruch, das ist jetzt mal hier, dumm, 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 das, das war ja hier die Situation, ne, den könnte ich jetzt ausschneiden, einfügen und sagen, okay, hier bin ich jetzt reingegangen, weil, ne, und das nochmal begründen mit ein bisschen Text oder dergleichen. Brauche ich jetzt nicht, finde ich jetzt hier eigentlich schon sehr smart gelöst, kann man ja auch hier, die Zeichnungen werden übernommen, die ihr hier macht, und, ähm, was ich halt gut finde ist, also, mein Setup war, es gab ein, ein, ähm, ein Momentum Breakout, ja, das war eigentlich, ähm, die, die Idee dahinter, ähm, wenn ich jetzt hier nochmal in, äh, Trailer Sync, äh, also hier in, in Links gucke, hatten wir die EMAs wahrscheinlich auch drunter, gucken wir gerade, EMA-Linien lagen auch alle drunter, das heißt, das ist auch nochmal eine zusätzliche Bestätigung, ähm, da hat sich ein, ein Boden gebildet, das heißt, ich sag noch hier, die, äh, Daytrading, EMAs, die, äh, lagen, lagen unter, als Unterstützung, ne, Daytrading waren unter, EMAs waren unter, ähm, ja, und, äh, das war eigentlich so das Setup, warum ich gesagt hab, ich geh jetzt mit rein. So, Fehler, könnte man jetzt sagen, okay, ähm, ähm, das war jetzt ein, äh, kein Tranchen, also kein, 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 ausreichendes, äh, Tranchen-Setup, oder ich hab halt die Position vielleicht ein bisschen zu früh geschlossen, und, äh, wo ist er hier, nehme ich mal die zweite, die zweite Tranche zu schnell geschlossen, so, also insgesamt zu früh geschlossen, und das zweite, ne, ein bisschen zu früh, also ich hab jetzt hier nochmal einen großen Impuls, auch nochmal von 12 bis, also 1,60 Dollar pro Aktie hab ich halt nochmal liegen lassen, hier hab ich halt 75% realisiert und hier 25, ja, und das wird jetzt so entsprechend abgespeichert, und jetzt könnte ich hier, für mich, hab ich die Erkenntnis, okay, lass die bitte nochmal ein bisschen weiter laufen. So, und wenn ich den Trade mir angeguckt hab, dann kann ich jetzt hier einfach auf weiterklicken, und könnte mir den nächsten AMC-Trade ansehen, den ich hier gemacht hab. Das hier war zum Beispiel ein Minustrade von 1.100, den hab ich vorher gemacht, und da bin ich nämlich in eine, äh, da bin ich nämlich auf AMC-Short gegangen, ähm, am gleichen Tag, ja, das ist jetzt hier, das kann man jetzt hier sehen. So, warum bin ich da Short gegangen? Weil ich gedacht hab, das Ding bricht unter diese letzte Unterstützung. Der Gesamttrend war negativ, ne, jetzt kann man, äh, jetzt sieht man, was ich zum Beispiel sehr, sehr schlecht gemacht hab, war mein Risk-Management. Ne, ich bin hier viel zu spät aus dem Trade rausgegangen, und ich hab sogar nochmal die Position erhöht, ne, weil ich davon sehr sicher war, dass das Ding hier runter geht, und das war in der Retro-Perspektive, nachdem hier dieser, dieser Abwärtstrend mit dieser grünen Kerzel durchbrochen wurde, war das komplett bescheuert, das zu tun. Ne, das war also, wenn ich jetzt, äh, hier sehe, ähm, das war in erster Linie erstmal trendkonform, indexkonform, der Index ist in der Zeit auch abgerauscht, trendkonform, ja, und, ähm, ehemals waren, gucken wir mal hier, waren die ehemals auch noch über, können wir auch nochmal schauen, ähm, hab ich sie gelöscht, natürlich super, nicht, so, die ehemals waren sogar noch drüber, also das hätte auch noch, auch noch sauber, ähm, sauber gepasst, ähm, aber, es war eigentlich schon zu sehen, dass der, ähm, dass der, ähm, dass der Trend sich umkehrt, und ich erhöhe sogar nochmal die Position, ne, das heißt, ähm, ich hab die, die, äh, Trend-Algo-Line hier übersehen, und, ähm, schlechtes Risk-to-Reward, ja, und, äh, Tranche zu spät geschlossen, emotionales Trading, ja, das war, so, das war jetzt hier ein AMC-Trade, der halt nicht gut aufgegangen ist, ja, so, es gab dann, äh, in der Folge noch ein paar weitere Trades, ja, die könnte man jetzt hier alle nacheinander, nacheinander, äh, durchbesprechen, und, äh, sich angucken, okay, wo sind denn die Fehler, also, warum bin ich jetzt hier in den Trade reingegangen, und warum bin ich rausgegangen, das müssen wir jetzt nicht machen, das machen wir gerne auch im Discord immer wieder, seid ihr eingeladen, äh, daran, daran teilzunehmen, aber man sieht, insgesamt konnte ich mit AMC an dem Tag, äh, trotzdem noch sehr gut, sehr gut abschließen, ähm, was ich halt jetzt sehr, sehr spannend finde, ist wirklich die Filtermöglichkeiten und die Einstellungsmöglichkeiten hier, das heißt, wir haben hier einzelne Widgets, ne, also hier seht ihr jetzt hier, die könnt ihr jetzt so, ähm, äh, aufbauen, wie ihr das wollt, das heißt, ihr könnt jetzt sagen, ich hätte gerne, äh, hier auf der rechten Seite, soll man hier vielleicht mir nicht die Fehler anzeigen, ne, also hier die, 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 die Mistake, sondern die, äh, sollen versteckt werden, ähm, sondern zeigt mir, äh, keine Ahnung, äh, oder die stören mich jetzt einfach, die nehme ich jetzt erstmal raus, ja, dann, äh, ändert er hier die, die, die Widgets, und dann sehe ich einfach nur hier meine, meine, meine Performance, ne, man sieht jetzt, okay, im Mai 62% Trefferquote, mit Long habe ich das, die Trefferquote, mit Short habe ich diese Trefferquote, ähm, 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 mein, mein durchschnittlicher Return bei, äh, AMC ist, äh, 150 pro Trade, die ich halt da eingehe, ne, und, äh, Donnerstag ist ein super, ein super Tag zum, äh, Traden, ne, also, das ist sehr flexibel hier einrichtbar, so wie ihr das wollt, es gibt auch hier vorgefertigte Layouts, also die könnt ihr hier auch, ähm, äh, anklicken, also sagen wir mal, ihr möchtet jetzt eine, eine, eine andere Form haben, das heißt, ihr habt hier oben einfach nur einen schönen Balken, und hier unten alle Trades, ne, oder, ähm, ihr wollt das, ähm, vielleicht in einer Reihe haben, ne, dann, äh, passt das Tool sich automatisch an, ne, das finde ich, ähm, sehr, 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 sehr spannend, ähm, und hier oben sind halt die allgemeinen, äh, Informationen, das heißt, jetzt, äh, habt ihr hier eine Liste von allen Aktien, die ich halt immer wieder mal getradet habe, und, äh, jetzt interessiert mich halt hier bei AMC, ähm, wie sieht es denn insgesamt bei AMC aus, also, was hast du, äh, mit AMC, äh, hier insgesamt, äh, performant, äh, hinbekommen, ähm, ja, und dann kannst du sehen, okay, wie, äh, wie erfolgreich man auf den einzelnen, ähm, äh, Trades ist, ja, ja, man sieht halt, wie lang hält man, äh, eine AMC im Schnitt, wie ist der durchschnittliche Return pro Trade, wie ist deine Provision, was war die, der Brutto, äh, Return, ne, was war der Einstieg und der Ausstieg, und auch dieses kann man hier noch einstellen, also, hier kann man jetzt auch nochmal sagen, welche Dinge man hier sehen möchte, ich habe das jetzt natürlich für mich angepasst, wenn ich aber jetzt, äh, noch, keine Ahnung, meine Notizen dazu haben möchte, dann könnte ich die hier mit, äh, mit, äh, einbauen, ja. Ähm, ja, jetzt könnte ich auch sagen, okay, zeig mir mal nur die, nur die, ähm, loss von AMC. So, dann, äh, zeig dir mir nur meine, meine Losses, die ich bei AMC gemacht habe, ähm, und jetzt könnte ich auch nochmal sagen, okay, wo verliere ich denn jetzt wie viel, also hier bei AMC habe ich 8, 9 in der Summe verloren, habe ich jetzt mehr auf Long verloren, ne, auf Long habe ich 4, 9 verloren und, ähm, wenn ich Short gegangen bin, habe ich, äh, 4 verloren, ne, ähm, das heißt, das kann man sich sehr gut hier zusammenfiltern, oder man sagt, okay, wo habe ich zum Beispiel ein, ähm, äh, emotionales Trading gehabt, also inwiefern, wenn ich jetzt AMC, ein Loss habe, hatte ich hier ein emotionales Trading, wichtig ist natürlich, dass man das vorher eingegeben hat und dann würde er dir alle, alle ein, äh, äh, anzeigen, wo man halt emotional getradet hat. Das ist jetzt der, der Trade, den wir halt gerade besprochen haben, ne, weil er das hier festgehalten hat. Also, für mich, dieses Tool wirklich, wirklich Gold wert, auch die, auch die Report, also die Report-Möglichkeiten, die man halt hier hat, ähm, ist hier, dass man hier in der, in der, in einer, in einer Übersicht, ich mach die mal eben weg, dass man insgesamt sehen kann, okay, wie entwickelt sich denn, wie entwickelt sich denn der, der Account von euch, ne, und hier halt auch sieht, okay, was war der größte Verlust, ähm, was war, äh, äh, insgesamt der größte, äh, Profit, wie ist eure Average Return, ne, ähm, wie viele Trades habt ihr gemacht, ne, wie viele sind noch offen, ähm, wie viele Gewinner, wie viele Verlierer, und daraus ergibt sich dann die, die Hitrate, wie lang hält, haltet ihr im Schnitt, äh, eine Aktie, ähm, wie viele Provisionen habt ihr bezahlt, und dergleichen, und dergleichen. Und für mich ist dieses, dieses Tool wirklich extremst, extremst viel Gold wert. Also, zum Beispiel, wenn man jetzt hier anguckt, ähm, Hourly, ähm, sieht man hier in den Morgenstunden, das sind jetzt hier die, die Öffnungszeiten von der US-Börse, dass man halt sieht, in den ersten zwei, drei Stunden, ähm, bin ich sehr erfolgreich, dann gibt's nochmal um 14 Uhr, wenn aber wirklich hier der Mittagsbauch ist, dann, äh, lässt meine Performance deutlich nach, ja, oder vor allem, wenn ich dann auch mal im Aftermarket, äh, irgendwas gemacht habe, das hier war ein, ein, äh, Schwachsinnstrade mit Netflix, als das so runtergegangen ist, ähm, in der Nacht, ähm, äh, ja, äh, da hab ich halt einen großen Verlust eingefahren, äh, äh, ja, ja, das, das zeigt mir hier das, äh, Tagebuch und erinnert mich nochmal schöner dran, was ich manchmal auch für ein, für ein Esel bin in gewissen Aktionen, ne, man kann sich anschauen, okay, welcher Wochentag ist bei mir oder bei euch erfolgreich, bei mir sieht man jetzt, Freitags kann ich eigentlich frei nehmen, da sollte ich jetzt nicht, äh, traden, ne, oder welche, welche, ähm, Positionsgrößen bei mir, ich bin in der Regel zwischen, äh, also maximal bis 20, äh, Dollar so eigentlich unterwegs, alles so da drunter, ne, aber Penny-Stocks nämlich nicht, weil ich halt pro Aktie bezahle bei meinem Broker, ähm, aber man kann halt sehen, dass, äh, wenn ich jetzt eine größere Aktie, ich glaube, hier war es Tesla mal, ähm, und dergleichen, ähm, das war nicht sehr erfolgreich, ne, oder wie hoch das Volumen ist, oder hier halt auch zu gucken, welche, ähm, wie erfolgreich ist man auf den einzelnen, auf den einzelnen Aktien, ne, ne, da sieht man jetzt hier, ähm, äh, äh, bei AMC, AMC ist halt hier der, der, der größte Posten bei mir, äh, dann eine BTTX ist ganz gut, ne Meilen habe ich ganz gut, ähm, äh, 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 daytradet, und da kann man jetzt auch schon, das ist jetzt, ähm, ähm, exklusive Provision, und wenn ich jetzt sage, okay, zieh mir noch die Provision bitte ab, ja, ja, dann, äh, sieht man halt, wie sich der Wert hier entsprechend verändert, ne, ne, und man sieht halt auch, okay, hier bei Naveru habe ich noch einen Minus, eine Proc, das war halt ein ganz, ganz kurzer Eintagestrade, als bei mir die Stops nicht gegriffen haben, und ich habe dann manuell zu spät, äh, ausgelöst, ne, und das hat einen großen Verlust für mich, äh, bedeutet, ne, ja, dann kann man sehen, welcher, welcher Sektor, ich glaube, der Sektor ist nicht hinterlegt, das kommt ein bisschen darauf an, ob das, äh, äh, hinterlegt ist, man kann aber die einzelnen Aktien für sich, ähm, ähm, nochmal festlegen, ne, also zum Beispiel das AMC im Entertainment-Bereich ist, ähm, und dergleichen. Na, hier bei Holdtime, das fand ich ganz, ganz spannend, da kann man zum Beispiel sehen, dass, äh, ich viel jetzt auf Breakouts, äh, gewechselt bin, also ich gucke wirklich auf Aktien, die kurz davor sind, ähm, ein neues hochzumachen, entweder ein neues Tageshoch, oder, äh, ein direktes Alltime-Hoch, und diese Breakouts, die hält man halt nur ein paar Sekunden, manchmal ein paar Minuten, ähm, dass das halt, äh, so funktioniert, was aber interessant ist, ist, dass ich halt sehe, okay, da habe ich eine 63-prozentige Trefferquote, ähm, bei bis 6 Minuten, bei 6 bis 11 Minuten sind es 65 Prozent, und wenn ich die Aktien länger halten würde, Verzeihung, dann wäre meine Trefferquote 72 Prozent, und mein durchschnittlicher Return pro Trade wird sich fast verdoppeln. Das heißt, ich muss dringend daran arbeiten, versuchen, meine Trades länger zu halten, schaffe ich aktuell noch nicht, ja, ähm, das wäre aber jetzt etwas, was ich hier aus diesem Tagebuch erkennen könnte, ne, da muss man jetzt natürlich auch noch gucken, heißt es jetzt 11 Minuten, oder sind es eher 15 oder 20, oder muss ich eher in Richtung 30 gehen, das sind halt Punkte, die muss man sich individuell anschauen pro Trade, wo macht das jetzt Sinn, ne, aber das sagt das Tod ja, so, und das finde ich halt auch, äh, super, super spannend, er hat auch hier so eine schöne, so eine schöne Kalenderübersicht, was ich auch sehr schön finde, wo man halt sieht, okay, hier der Mai, gab es halt insgesamt, äh, neun Trading-Tage, davon waren jetzt, äh, acht Grün, dann der April, da sieht man dann auch, äh, sehr schön, ne, wie viele Trades man gemacht hat, ob man mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen hat, hier sieht man nochmal von meinem Tagebuch die Notes, ne, das sind die Notizen, die ich, äh, ähm, eintrage, ich share das halt auch nochmal in der Regel auf dem Discord, und da wird halt genau beschrieben, was habe ich an dem Tag gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, ähm, und dergleichen, ne, das, das trägt man dann hier so entsprechend ein, wenn man sich den Tag halt hier nochmal anguckt, ne, da sieht man halt, okay, der Tag ist so und so gelaufen, da kann man den halt schön nochmal reviewen, hier sind halt verschiedene Fehler, äh, festgestellt worden, äh, an diesem entsprechenden Tag, ja, dann noch eine ganz tolle Sache, wie ich finde, ähm, dann gibt es hier so einen sogenannten Simulator, das heißt, der Simulator, äh, zeigt dir auf, was wäre denn, wenn du gewisse Fehler abstellst, das heißt, ähm, hier habe ich jetzt mal einfach, äh, alle, ich nehme mal alle Bereiche, äh, mit rein, und wie wäre jetzt, wie würde sich mein Portfolio entwickeln, wenn ich jetzt tatsächlich, so wie es jetzt aussieht, den Freitag mal nicht traden würde, sondern nur Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. So, dann sieht man, die, äh, lila in der Linie ist die tatsächliche, äh, Entwicklung, und wenn ich den Freitag weglassen würde und an den anderen Tagen weiterhin so performen würde, wie ich es jetzt tue, dann, äh, wäre mein Portfolio, ne, deutlich gestiegen, ne, mein, äh, Average Loss wird sich deutlich, äh, verringern, mein, ähm, äh, Average Gewinn wird sich zwar reduzieren, meine Win Ratio wird sich leicht verbessern, ne, mein durchschnittlicher Gewinn pro Trade wird sich verbessern, und der durchschnittliche Return, also der Return wäre 13% in Summe höher. Ja, ja, und das kann man halt hier sehr, sehr gut einstellen, dass man halt nochmal visuell sieht, okay, was bedeutet das eigentlich monetär, wenn ich, äh, an diesen Dingen arbeite, ja, ähm, oder wenn ich jetzt sage, okay, du machst jetzt nicht mehr die Trades, äh, in den, in den Abendstunden, ne, ähm, die ja hier, äh, sondern ich trade wirklich nur die ersten drei Stunden, ganz konsequent, nämlich jetzt nur die ersten drei Stunden, ja, dann sieht man, äh, wenn ich diese, in dieser Performance, ähm, die ersten drei Stunden weitergearbeitet hätte, äh, versus der anderen Stunden, wo ich halt meinen, meinen Durchschnitt reduziere, hätte sich das Portfolio entsprechend, äh, verbessert. So, und wenn ich es jetzt noch schaffe, äh, zu sagen, ich mache kein emotionales Trading, ja, ja, das ist jetzt schön, ja, das ist natürlich, ich habe jetzt nicht alle Trades da drin, deswegen, äh, ist das jetzt nicht, äh, ist das jetzt nicht repräsentativ, aber hätte ich jetzt alle, ähm, äh, Trades, äh, also, ähm, äh, getrackt, dann würde es halt zeigen, dass, äh, mein Portfolio wahrscheinlich noch besser wäre. So ist es natürlich nicht repräsentativ, weil es nur ein paar Trades sind, die ich halt damit, äh, insgesamt getrackt habe. Aber das könnt ihr, wenn ihr das sauber, wenn ihr das sauber, äh, führt, ne, ne, und euch angucken, okay, welches Setup funktioniert denn besonders gut, ne, ne, also, äh, habt ihr das mit den, äh, mit den Algo-Lines, äh, konform mit dem Index getradet, habt ihr gegen den Trend getradet, ähm, habt ihr die EMAS genommen, habt ihr SKS-Outbreaks gemacht, ne, ne, also, das ist ja eine ganz individuelle Geschichte, die ihr da benutzt, aber ich finde dieses Tool super, super, super hilfreich, um, ähm, ja, an sich und seinem Trading zu arbeiten und zu sagen, okay, ich möchte mich da wirklich verbessern. Äh, ich würde das euch nicht ans Herz legen, wenn ich davon selber nicht überzeugt bin. Ich mag jetzt auch das gesamte Layout, das nimmt mir halt alles ab, ne, ich mag diesen dunklen Modus, den kann man aber jetzt auch, äh, hier zum Beispiel umstellen, also wer jetzt zum Beispiel, ähm, ein Light-Modus, äh, bevorzugt, das, das geht hier halt auch, ja, und, äh, man kann hier halt auch alles nochmal einstellen. Bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, das wird jetzt, wenn man jetzt hier zum Beispiel Provisionen einstellt, ähm, kann man hier nochmal ein anderes, äh, Provisionsmodell einstellen, oder Fees, ne, oder Chart-Settings, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel sehen wollt, ähm, äh, Pre- und Post-Market-Sachen hier drin, ne, ne, oder ihr wollt die ganz deaktivieren, das, äh, könnt ihr halt alles machen, ne, oder Trade-Settings könnt ihr hier festlegen, ähm, zu sagen, äh, versucht die, äh, die einzelnen Trades zu splitten, also wirklich die einzelnen Pakete, ne, das heißt, wenn ihr 1000 Aktien kauft, dann seht ihr halt die 100er Pakete, oder wollt ihr die direkt, äh, äh, werden die zusammengepackt, als Beispiel, ne, Report, worauf sollen die basieren, wollt ihr die Provisionen da drin haben, ähm, wollt ihr eine durchschnittliche Einstieg oder Exit, oder wollt ihr den tatsächlichen Entry haben, ähm, das könnt ihr hier alles machen, soll das, wie soll das, äh, Realized Gain, soll das, nach welchem Prinzip soll das sein, nach FIVO, nach LIFO, ähm, ja, also, das Tool gibt euch wirklich extremst viel vor, ähm, und, äh, es liegt dann halt an euch, das, das sinnvoll zu nutzen. Ähm, gerne gehe ich da auch nochmal, äh, on Detail drauf ein, ähm, ansonsten hier, ne, z.B. Broker Synchronization, da, ähm, geht's halt darum, da könnt ihr direkt die, ähm, da macht das jetzt nicht auf, äh, da könnt ihr jetzt direkt, ähm, ähm, ja, jetzt hängt er, aber hier könnt ihr die, ähm, ähm, äh, wie heißt das, äh, z.B. die API direkt verknüpfen, wovon ich gesprochen habe, und müsst das nicht sogar manuell machen, sondern es ist direkt immer aktualisiert. Ja, äh, äh, das ist eigentlich so, so, das Grobe zum, zum Trader Sync, ähm, 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 äh, Tagebuch, ja, ähm, ähm, wie gesagt, es muss nicht Trader Sync sein, es gibt gute Alternativen, die, äh, auch, ähm, vielleicht kostengünstiger sind, ähm, hab ich mich aber jetzt so nicht mit auseinandergesetzt, für mich ist es halt so, ähm, ich bin gerne bereit, da ein paar Euro in die Hand zu nehmen, weil wenn ich einen Trade habe, den ich dadurch besser gemacht habe, dann hat sich halt der monatliche Return einfach schon, ähm, 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 ja, gelohnt, ne, ich kann nochmal vielleicht auf die, auf die Preisstruktur eingehen, ich weiß gar nicht, wo hab ich die denn hier, äh, da, 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 geht das hier unter Personal Account Plan, ich guck mal hier, ah, hier, ähm, da sieht man, dass, äh, das im Monat, also wenn, das kommt jetzt auch an, ob ihr ein Jahresabo oder Monatsabo macht, wenn ihr jetzt ein Jahresabo macht, dann wird das 15 Dollar kosten, ähm, hat dann diese Dinge drin, ich glaub, das würde ausreichen, um ehrlich zu sein, ähm, ja, Premium und Elite, ja, ähm, ähm, und da gibt's halt nochmal einen zusätzlichen Rabatt, das fand ich auch ganz spannend, ähm, wenn ihr gewisse Aufgaben, äh, am Anfang erledigt, da musste man so 14 Aufgaben erledigen, ich hab die halt hier schon abgeschlossen, na, das, das war mein, äh, Code hier, ähm, ähm, also hier, created Management Plan, adding Management Widget, Widget, damit man sich einfach mit dieser Thematik mal auseinandersetzt und, ähm, ähm, äh, das Tool halt auch kennenlernt und dann gibt's nochmal zusätzliche 10%, wenn ihr das nutzt, ja. Äh, äh, ja, hier könnt ihr auch zwischen verschiedenen, ähm, ähm, Portfolios, ähm, zusammenarbeiten, ähm, es sind noch nicht alle Broker drin, aber, also die haben jetzt auch, also ich arbeite jetzt mit IBKR, äh, also Interactive Broker, ähm, das funktioniert in jedem Fall, äh, äh, deutsche Broker, wenn ihr denen dann einfach mal einen Report, äh, äh, exemplarisch von einem Tag schickt, von TraderSync, äh, haben die mir zugesichert, äh, dass sie daran arbeiten, innerhalb von 2, 3 Tagen die entsprechenden Broker hinzuzufügen, ja. So, ähm, und die haben einen super Support, haben sehr schnell geantwortet, fand ich super nett, ähm, also da muss sich auch keiner Sorgen machen, ob das dann, äh, mit seinem Broker funktioniert oder nicht. Ja, ähm, das war es eigentlich jetzt so, äh, von meiner Seite zu diesem, für mich wirklich Game Changer Tool, was mir halt extremst geholfen hat, nochmal, äh, an, an meinen Setups zu arbeiten, speziell halt auch, wenn man im Rahmen der Community am Abend sich mit anderen darüber austauscht und sagt, hey, was denkst du denn darüber, wie hättest du den Trade gemacht, ne, ähm, dieser Austausch, wo ich dann auch mit anderen Mitgliedern aus der Community darüber spreche, ne, also, der Tag schließt und dann gehen wir darauf ein, ne, da ist jeder eingeladen, das von euch halt mit mir zu machen. Ähm, ja, das war es von meiner Seite, dann, ähm, danke ich euch für eure Zeit, freue mich, ähm, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und, ähm, ja, wenn ihr euch interessiert, dann mache ich einen Link unten rein, ähm, und, äh, dann könnt ihr nochmal sieben Tage das tolle TraderSync Tool, äh, ausprobieren, ja, und es wird ja zukünftig wieder mehr in Richtung Trading gehen, äh, auf diesem Kanal und jeder, der daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen, auch auf den Discord zu kommen und das, äh, ja, ähm, äh, sich dann mit uns gemeinsam hoffentlich weiter positiv zu entwickeln. Ich danke euch, das war's, lieben Gruß von meiner Seite an alle rockt euren Tag, euer Jens, haut rein.